Hallo Leute, wir spielen heute Magic Mirror auf dem höchsten Einsatz natürlich und wir starten direkt mit Freispielen, also ihr verpasst nichts, es geht direkt richtig gut los. Vergesst auf jeden Fall nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, das hilft uns immer sehr weiter. Vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, ich lese natürlich jeden einzelnen Kommentar durch. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und ich würde sagen, wir starten einfach mal, wir gucken mal, welches Symbol wir haben. Ja, okay, der Automat stoppt durch, das ist natürlich richtig nervig, aber egal. Gucken wir einfach mal, wie es läuft, los geht's. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Tschüss. Gucken wir einfach mal, wie es läuft, los geht's. Tauents wie viel morgens ist. Darunter zu gehen dem Fragen nicht, auf dem Fingeragger additions sichie zu jeden Fall aber noch nie ver piles nicht. Und wie es läuft gerade ausgericht weiter. Tauents wie vor, wie drying dividends sie scheint, ja auch irre Dunken, wie man sich immer üeren. Das sindscreaming auch nicht los geht's. Und wie ich passiert. Wir nehmen dasustainer imagen, das Luisz folgen rую, nicht mehr Jerry constituyent-��릴 sons. Hatte Fragen nicht in die Richtung Gudrunken eine seize. und wir haben wieder freispiele ich bin gespannt bei magic mirror kann es echt in beide richtungen man kann echt gar nichts gewinnen oder richtig viel abräumen also ich bin mal gespannt wie es diesmal laufen wird gucken wir mal so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zum Abschluss gibt es nochmal eine Runde Eye of Auras-Frei-Spiele auf 4 Euro. Ich bin mal gespannt. Das Spiel mag ich eigentlich gar nicht so gerne, muss ich sagen. Ab und zu sind die Gewinne ja echt gut, aber manchmal sind die auch wirklich so wenig. Und das auf so einem hohen Einsatz, das lohnt sich teilweise echt nicht, das zu spielen, finde ich. untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020